Also auch Klaus Topmöller nimmt das jetzt etwas ernster, als es zunächst den Anschein hatte. Bosch. Marcelo in der Mitte. Knapp drin, aber immerhin. Stickrot. Eberl. Ja! Die letzten zwei Minuten in der Mitte. Zwei Minuten vor dem Ende geht der PSV Eindhoven mit 2 zu 1 in Führung. Zende gegen Eberl. Da gibt es Freistoß für die PSV und Helmut Krug entscheidet sogar auf 9 Meter. Die erste 9-Meter-Entscheidung dieses Turniers übrigens. Die Chance zum 3 zu 1. Marcelo. 15 Sekunden vor dem Ende ist die Entscheidung von Dortmund damit gefallen. Da gibt es im Moment ein paar größere und kleinere Pokale, ein paar Blumensträuße, die überreicht werden. Hier an Mark der Greise, den Kapitän. Applaus Vielen Dank.